hallo mein lieben kamikaze händen ja es ist so weit legenden liga 9 kann ich jetzt werden ich bin der legenden liga 8 das ist ja eh schon krass erstmal da aufmachen und ich würde sagen wir können starten und ich nehme natürlich meinen super diesel truck ist mein bestes fahrzeug im moment aufleveln kann ich dann nichts okay beschweren kann man sich da eher weniger okay ich würde mal sagen können wir das schaffen wir schaffen das würde ich sagen ente gegen nerd also scheiße ich hätte vielleicht besser schneeketten drauf gemacht na gut wir probieren es einfach ja start war ganz okay und nein da bin ich hängen geblieben habt ihr gesehen aber sieht gut aus sieht gut aus sieht sehr gut aus ich glaube den ton muss ich ein bisschen leiser machen nachher fliegt jetzt nicht zu hoch baby jawoll ganz locker ganz easy erster okay ich habe manche bossfights gehabt die waren richtig schwer aber das hier hier war der start perfekt und zweimal den turbo bekommen aber jetzt bin ich zu hoch geflogen aber wieder ein tor bekommen und wieder den turbo bekommen läuft ganz gut ja ja wieder turbo bekommen also ich liefer ab und beim erster ohne probleme also geil ich glaube selbst wenn ich jetzt verliere ich weiß nicht drei von drei rennen klar ich kann jetzt auch verlieren und trotzdem gewinne ich das heißt ich bin legenden liga 9 ich weiß gar nicht wie viele legenden liga es gibt ich glaube es gibt nur zehn und dann ist man schon in der boss liga aber da bin ich mir nicht sicher muss ich mal oh nein oh nein das war dickes fail aber lol der gegner war voll einfach als ob der so einfach war alles klar bam legenden liga 9 oh mein gott das ist geil so das kaufen wir kaufen mal eben die kisten frei so ne nicht gratis hier zack und machen noch mal ein rennen und ich würde sagen wir fahren jetzt mal einen den ich jetzt noch nicht aufgelevelt hatte hier äh den bus fahren wir ich weiß den bin ich noch gar nicht gefahren mache ich aber in einem extra let's play und dann tue ich den vorher auch nochmal äh aufleveln komplett hab ja noch genug money eigentlich am start so one oh da hätte ich ein bisschen früher gas geben sollen also ich frage mich noch wozu der bus eigentlich gut ist also was kann der eigentlich besser also jedes fahrzeug hat ja seine vor und nachteile aber was sind die vorteile des busses also wenn das jemand weiß einfach mal in die kommentare reinschreiben was kann der bus besser als die anderen als ob ich den scheiß auch noch mit dem bus gewinne ich glaub das ja mal nicht ich hab echt ersten platz gemacht und alle tot alle tot oh nein one ah nee ich hab wieder bei eins los okay hier muss man wahrscheinlich bei zwei ungefähr aber ich hab voll die voll die anfänger als gegner das ist cool zum glück nicht irgendwie so voll die autos die einfach was ist denn jetzt los cabrio oh oh das hinterteil wackelt auch schon als ob aber wieder erster geil two und jetzt gas geben okay war zu früh kriegen wir ein salto mit dem bus geil aber aber sowas von geil wer von euch hat schon den bus und feiert den vielleicht sogar also ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht was er mit dem machen soll wofür der gut ist wiii ja also ist schon komisch zweiter platz aber insgesamt sind wir auf den ersten platz und bäm einfach mal bäm so das war's auch mit dem let's play hier hier habt ihr jetzt aber links ein video rechts ein video in der mitte könnt ihr den adoptieren für mehr enden stuff ihr wisst bescheid haut da rein bleibt da trocken ciao ciao